Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja Freunde, Totti Tag 2, ja was haben wir gemacht? Wir haben den ganzen Tag wieder Packs geöffnet, also bis zum Gehtnischwer, wir jagen die Tottis, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Und es wurden auch gestern Tottis gezogen, also guckt euch das Video einfach an, genießt es. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Ich verlose by the way 50 Euro PSN an die letzten 1000 Abonnenten, deswegen Glocke aktivieren und Abo dalassen. Heute um 19 Uhr kommen die Mittelfeld-Tottis in die Packs. Wir sind live und wir öffnen die auch. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich hab eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil wir eigentlich nur Packs geöffnet haben, Tottis gezogen haben. Viel Spaß mit dem Video und bis dann. Okay, let's go. Und Carquiz für deinen Prime im Ersten. Komm, bitte. Eine blaue. Okay, nein, aber in Form. In Form. Mann. Palacios. Palacios, du bist ein toller Spieler, aber keiner interessiert sich. Okay Chat, 700 Coins. Ich mach auf. Mit Coins. Wenn da keine blaue Animation kommt, ne? Auf Ansage Gold. Hallo, mindestens mein Team of the Week. Drei. Zwei. Ich kann das hier gucken. Nein. Langweilig. Oha, das ist einfach ein Hals-Tattoo-Chat. Gefährlich. Ich hab Chat, FIFA 22 und FIFA 23 nicht ein Totti gesehen. Also doch, aber nicht bei mir. Ist auch gut, sonst hätte jeder Dritte ein Totti. Ja. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein garantiertes Totti-Pack gibt. Niemals. Dann würde es den ganzen Sinn aus Totti nehmen. Im Ernst? Wenn EA ein garantiertes Totti-Pack bringt, es würde jeder aufladen. Sogar irgendwelche 14-Jährigen, 13-Jährigen würden sagen, ey Mama, kann ich vielleicht ein bisschen Geld haben. Und die würden sich vielleicht lügen für Nachhilfe oder so. Und dann kaufen die sich dieses Pack. Totti! Es ist ein Totti! Oh! Manchester City, die Bräune und... Oh nein, die Verbindung. Was ist das? Man sieht alles verpixelt. Jetzt geht's wieder. Oh! Wer ist das? Boah! Same here! Wow! Los! Clap! Clap, erster Totti hier im Chat. Woo, 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 woo! Care my room. Okay, guck mal, jemand sagt zu mir, das ist der große Totti-Fade. Premium-Bronze-Pack. Hä? Warte, was passiert da? Achso. Junge, du öffnest auch ein Bronze-Pack, bist du irgendwie dumm? Ich dachte, er zieht jetzt wirklich ein Totti daraus. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch Streaming machen wollt, oder egal aus welchem Job ihr anfangen möchtet, ihr müsst immer Spaß dabei haben, weil wenn ihr einen Job anstrebt, im besten Fall macht ihr euren Job vielleicht mehrere Jahre oder euer Leben lang, ihr dürft euch nicht zu eurem Job zwingen, weil das wird euch über Jahre so unglücklich machen. Egal, ob ihr Polizist werden möchtet oder wenn ihr gerade was Krasse studiert habt, über mehrere Jahre, eure Eltern das auch von euch wollten und du machst dann diesen Job, aber er macht euch einfach keinen Spaß, dann ist das halt auch nicht das Richtige, weil ich meine, klar, vielleicht verdient ihr ganz gut, aber das Wichtigste im Leben ist halt aber auch nicht immer Geld zu verdienen, wisst ihr? Also klar, es ist wichtig. Aber da seine Lebensfreude dann nach hinten zu stellen, dafür ist halt auch nicht richtig, wisst ihr? Und... Oh, was ist das? Na, nur ein Inform. Perfekt. 45 Euro für ein Inform-Chat. Das ist umgerechnet, denn ein Inform kostet ja auch 45.000 Coins im Spiel. Trader Ballpack, Trader Ballpack. Die Leute können so gut schreiben mittlerweile, das ist so krass. Rechtschreibung ist on point. Ey, Junge, was geht bei dem ab? Mbappé und Messi Totti? First Owner? Ey, was hast du getan? Warum hast du die zwei besten Tottis gezogen? Warte, was? Du hast in einem 84 mal 20 beide drin? Du lügst. Nein. Niemals. 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 Das geht gar nicht. Du kannst nicht die zwei besten Tottis in einem Pack haben. Nein, 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 nein. Niemals. Okay, mal gucken, wir haben einen Clip zugeschickt bekommen. Er öffnet das 400k Pack. Er öffnet ein Portugiesen, ein ZOM. Das ist dann Bruno. Er zieht eine Totti Icon. Oh, ich wette, es ist erneut. Ich wette, es ist erneut. Patrick. Ho, ho. Boah, sieben Millionen Coins kostet der Mann. Oh, guckt ihr, Leute. Sechs. Okay, er ist gesund wieder. Ne, 6,4. Ey, jetzt müsst ihr abliefern. Ansonsten wird keiner mehr das Spiel spielen. Komm, bitte. Icon? Nein, in Form, ne? Oh, Mann. Das ist so langweilig. Die nerven mich so krass. Und dann auch noch einen Fan der Spieler. Okay, Chat. Ruben Dias, Official Karte. Äh, einmal Kante, oder? Und abdrängen. Oder? Was ist das? Diese Ha... Diese Angel. Das ist wie so eine Angel, ne? Tack, 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 tack. Und dann wieder... Tack, 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 tack. Ich film gerade in Geld wie Dagobert. Glaubt ihr, der CEO von EA, der nimmt das ganze Geld ja für sich. Am Ende, der bezahlt seine Mitarbeiter noch schlecht. Ah, neue Shoppack. Oh, ich weiß gar nicht, was da drin war, ne? Totti! Nächster Totti! Wer ist das? Nee, nee, das ist Donnerruber. Ja, ja, komm, bitte. Bitte mal was Neues. Bitte mal was Neues. Hansen, Hansen, Hansen. Nef! Oh, geil! Tropfen, geil, Chat. 1,5 Mio. Nächster Totti! Danke! Danke, 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 danke. Yes! Wehe ist in den Chat. Wehe ist in den Chat. Boah! Ich habe gestern von ihr Gameplay gesehen, ne? Die ist eine Rakete in Game. Die ist so krass. Ich habe sie gestern verkauft, weil ich wollte die Coins mitnehmen, sage ich so. Ehrlich. Aber sie ist wirklich krass, Chat. Quickstep und Technical. Äh, da ist es. Das 700k-Pack-Chat. Das Böse. Wenn das Böse in einem Spiel wäre, dann ist es das hier gerade. Wir begegnen gerade dem Bösen. Aber wir ziehen ein Totti-Chat. Nein, es ist wieder ein Checo. Es ist wieder ein Checo. Unser neuer Totti. Ja. Ich weiß, dass es Checo ist. Ja, Checo diesmal. Heute kam ein Checo öfter. Ja, ja, ja. 83 mal 10. War Müll bis jetzt. Totti! Smith-Chat. Next Totti! Yo! Mit Raketo-Technical. Endlich! Ich habe gerade noch gesagt, die sind Wülle. Ich habe gerade noch gesagt, die sind Wülle. Clap, 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 clap. Endlich wieder mal ein Totti. Glückwunsch! GG's, mein Freund. Sie ist echt gut in Game-Jahre. Sehr cool. Mal wieder ein Totti gesammelt. Das war 83 mal 10. Noch ein Totti! England! LF! Haaland, oh mein Gott! Oder? Nein. Ich sage nichts mehr. Und noch mal Smith. Oh mein Gott. Wie kann man zweimal hintereinander? Wie kann man zweimal hintereinander Smith ziehen? Alter! England, LF, Haaland. Mann, Chad, ich war unter Druck, Mann. Was machst du? Ey, was sehen meine Augen hier? Er hat gerade einfach... Ich war ernst gut in Erdkunde. England! LF! Haaland, oh mein Gott! Ich hatte sogar in der Mittelstufe von der 1 in Erdkunde. Alles, was ich gesehen habe, war blau und ein ManCity-Wappen. Mehr habe ich nicht gesehen. So hat man ein Gehirn... So war mein... So hat mein Gehirn... 700k-Pack. Icon! Totti-Icon! Es kommt! Es ist so weit, Schatz. Totti-Icon! Nein, oder? Normaler Icon. Warum? Aber es könnte trotzdem krass werden. Hier liegt auch noch... Wer ist das? Samrotta? Wer ist Samrotta? Sie haben uns gescampt. Also das ist eine bodenlose Frisur. Wie wächst die überhaupt auf diesem Kopf? Willst du jetzt gleich sagen, ich liebe dich oder so? So Freunde, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, ein Like da, Abo da, Glocke. Denkt an das Gewinnspiel, was ich im Intro erwähnt habe. Und ansonsten viel Spaß noch bei der Totti-Jagd. Und kommt heute in den Stream auf Twitch, Mittelfeldtottis. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.